Servus und hallo zu GRID. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und die Videos fangen gerade auf. Servus und hallo liebe Zuschauer von Alle Rasten aus, die sich das im Stream von Alle Rasten aus anschauen. Ja hallo euch. So auf diesem Niveau wird hier gefahren. Wer kann auch wissen, dass man in Kurven lenken soll. Ich muss hier vorm fliegenden Start quasi erstmal auf Null bremsen. Und dann soll ich noch so was wie schnellste Runde hinbekommen. Boah, echt jetzt. Pfff. Das ist ja jetzt komplett vergessen hier. Machen wir andere Musik. Keine Ahnung, ob es besser oder schlechter wird. Ist alles random. Heißt, jetzt hätte ich doch schon mal sehr beruhigend an. Die Musik passt da voll gut dazu, wenn wir mit 40 oder so in die Kurven donnern. Zeitstrafe. Incoming. So. Bei der Musik, da will man doch Vollgas geben. Aber nein. Fliegende Start. Erstmal von 200 runter bremsen. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 7. 11. 12. 12. oder so bin ich, zu Recht wahrscheinlich. Ach, jetzt bin ich plötzlich erst. Ich versteh das nicht. Das war schlecht. Das war so richtig schlecht. Einmal haben wir nur die Chance. Das ist eine miese Strecke. Ha! Arschloch. Aber es war nicht gut, weil der hat mich ja auch ausgebremst wie normal was. Aber wenn ich dafür jetzt eine Zeitstrafe bekomme. Mal Gas. Niemals wird das was. Okay, passt. Lagernde, entspannende Musik. So. Sind wir jetzt dumm mit dem dummen Time Attack? Sieht so aus. Maximum Attack Auszeichnung. Yay. Jo. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.